Moin Moin Leute, ich bin den Kopfesbrain oder ein Fotojannik und begrüße gerade dich zum heutigen Spuktober. Wir haben ein Spiel vor uns und Daniel braucht unsere Hilfe. Also wenn du Daniel heißt, ich bin heute für dich hier, ich helfe dir. Gar kein Problem. Daniel needs help, this game has three different endings und wir gehen rein. Wir gehen rein. Ich bin gesp... Okay, wir liegen auf der Seite. Ich bin gespannt, was uns hier so erwartet. Was war das? Und warum sind wir so klein? Sind wir ein Kind? Was war das? Ich glaube, es kam von Daniels room. Oh, nicht Daniel. Kann ich einfach nach draußen gehen? Ist das das erste Ending? Ich ziehe einfach durch. Schau. Nein, ich komme noch nicht mal in die Türklinke. Wir ziehen nicht durch. Oh, voll die schönen Bilder. Wow. Okay. Ich komme gerade so an die Tasse. Ein Feuerzeug, freiliegend. Leute, ich zünde hier alles an. Ich schwöre es euch. Müssen wir jetzt wirklich oben in den Raum gehen? Wollen wir das? Oh, guck mal. Wir sind ein Fan von Life of Brian. Das ist ja toll. Hallo? So. Dum, 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 dum. Oh. Okay. Ist das mein Raum? Alter, genau so sieht mein Setup aus. Holy fuck. Mein 20.000 Euro Setup. Genau so male ich Sterne. Und ich werde die ganze Zeit geschämt, dass ich keine Sterne malen kann. Sterne malen kann. Okay. Ist das hier Daniels Room? Es ist abgeschlossen. Wo hat er die Schlüssel hingepackt? Hallo? Ist leer. Bist du dir sicher? Ist der Raum schon immer leer gewesen? Der sieht ein bisschen creepy aus. I don't know. Okay, wo könnte er die Schlüssel hingepackt haben? Weißt du, die sind jetzt plötzlich hier unten aufgetaucht? Würde mich eigentlich ja wundern, ne? Aber rausgehen können wir nicht, ne? Ne, leider nicht. Hm. Hallo? Ich brauche... Alter, sind das viele Messer. Wer lässt seine Messer so frei rumliegen? Und warum ist die Spüle einfach nur ein Loch? Hä? Okay. Hat er sie in den Müll geschmissen? Ist mir tatsächlich noch nie passiert, aber manchmal denke ich so dran. An so Leute, die einfach ihre Schlüssel oder ihr Handy oder so im Kühlschrank vergessen. Ist mir noch nicht passiert, aber ey. Kann jedem passieren. Wo sind denn die Schlüssel? Die... Oh, ist da ein Schlüssel? Ey, wir haben ihn gefunden. Traumhaft. Hohoi. Mach die Tür wieder zu. Mach die Tür bloß wieder zu. Ich glaube, ich brauche ein Feuerzeug dafür. What the... Dude! Warum ist da Blut, aber nur da an der Wand? Oh, er ist Yu-Gi-Oh-Fan. Mhm. Gut. Könnten wir auch einfach... Wir haben kein Telefon hier gefunden, ne? Ich würde gerne die Polizei alarmieren. Weil das hier sieht nicht gesund aus. Können wir einfach alles anzünden? Feuer. Feuer. Können leider nicht gehen. Schön wär's. Aber nein. Wir müssen jetzt dieses dämonische Ritual durchführen, weil unser Bruder Daniel das unbedingt will. Danke, Daniel. Ist hier wirklich niemand? Hm. Okay. Zünden wir das mal an. Zip. 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 Wow. Ich kann nicht auf Restart drücken. Daniel hat mich mitgenommen in die Hölle. Schade. Naja. Ich kann doch nicht mal escapen. Ich komm hier nie wieder raus. Ah. Ich kann doch nicht mal escapen.